Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundesgepflegten Klembau-Steinbaus. Heute wird es mal wieder militärisch und es wird ferngesteuert. Wir reden nämlich über den Kader Master Tank, die Set Nr. C61071, 1 zu 35 ist der Maßstab und hier oben könnt ihr auch den Designer selber nachlesen. Ich versuche jetzt nicht den auszusprechen, weil ich mich nicht komplett blamieren möchte. Auf jeden Fall ist dieses Set, wie gesagt, ferngesteuert. Wir haben 925 Steine dabei und man bekommt dieses Set in Deutschland zum Beispiel beim Spielzeugfuchs für um die 70 Euro. Wenn man das Ganze in China kauft, wird es natürlich ein Stückchen günstiger. Dort habe ich mal auf YouWob geschaut, stellvertretend, da bekommt man es für 50 Euro inklusive Versand. Bei AliExpress kostet es auch um die 50 Euro. Ihr könnt ja, wenn ihr Interesse an diesem Set habt, auch die üblichen verdächtlichen chinesischen Webseiten einfach mal besuchen und gucken, wo da für euch der beste Preis ist. Oder ihr unterstützt eben einen deutschen Händler, wo es immer um die 70 Euro kostet und ihr aber auch eine Originalverpackung habt. Diese habe ich in diesem Fall zum Beispiel nicht, denn bei mir kam das Ganze in einem Polybag aus China geliefert. Ich habe es eben auch bei YouWob gekauft. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Ja, ich habe die Nase voll. Und wir sehen uns wieder und ich weiß, das Bild ist nicht sonderlich schön, denn auf meinem Tisch ist ein Schlachtfeld. Warum ist hier ein Schlachtfeld? Ich musste einiges wieder zurückbauen, unter anderem diese Teile, auch diese gesamte Konstruktion und diese Konstruktion habe ich wieder abgebaut. Das ist aber meine Schuld, muss ich ganz klar sagen, denn ich hätte natürlich vor dem Verbauen der technischen Komponenten die technischen Komponenten prüfen sollen. Das habe ich nicht getan. Also kam dann bei der ersten Prüfung das Erwachen. Ich habe die Batteriebox schon mal wieder rausgenommen, um euch zu zeigen, was das Problem ist. Wir haben ja auf der Fernbedienung und auf der Batteriebox schön diese Kennzeichnungen. Blau betreibt jetzt in meinem Fall diesen Motor und ihr seht, wenn ich das drücke, dann läuft dieser Motor auch normal. Und dann haben wir Rot und Rot betreibt diesen Motor. Und wenn ich diesen drücke, passiert gar nichts. Jetzt gelb betreibt den Drehteller, auch hier läuft der Motor normal. Jetzt habe ich gedacht, okay, vielleicht ist ja der Motor defekt und habe gedacht, ich stecke das Ganze mal um. Also habe ich einfach mal den roten Motor auf blau mitgesteckt. Macht zwar keinen Sinn, weil es sich dann nicht gleichförmig dreht und man es nicht mal einzeln ansteuern kann. Aber da sehen wir, beide Motoren laufen, sobald ich das Ganze auf blau stecke. Also dachte ich mir, okay, dann wird vielleicht rot defekt sein bei der Akkubox. Aber die anderen gehen. Also habe ich den Motor wieder abgezogen und habe den Motor, der eigentlich auf rot sitzt, mal auf schwarz gesteckt. Aber auch wenn ich schwarz betätige, seht ihr, hier passiert gar nichts. Die Fernbedienung leuchtet, sie funktioniert auch. Blau läuft normal und auch gelb läuft normal. Aber schwarz macht nichts. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass eigentlich der Motor normal funktioniert, was wir ja sehen, wenn ich das Ganze auf blau anstecke. Was bedeutet, die Batteriebox ist defekt. Und das nicht nur auf einem Stecker, also nicht nur auf dem roten, sondern auch auf dem schwarzen. Und damit ist die Batteriebox für mich komplett unbrauchbar, weil ich mindestens drei Anschlüsse bräuchte, um dieses Set richtig zu bauen. Und irgendwas muss hier richtig, richtig schief gegangen sein, denn es riecht auch leicht verschmort, wenn ich die Batteriebox anmache. Deshalb kann ich nur an dieser Stelle sagen, klar, meinen Schuld, ich habe es nicht vorher getestet, deshalb musste ich es wieder auseinanderreißen. Aber ich werde hier natürlich Ersatz anfordern, werde das Video jetzt aber schon mal so bringen, einfach weil ihr es auch verdient habt zu sehen, wenn so ein Problem drin ist. Natürlich werde ich aber, sobald ich vom Support eine Antwort habe, euch diese Antwort auch zukommen lassen. Und sobald ich hoffentlich die Batteriebox ersetzt bekomme, werde ich auch das Video zu Ende drehen mit dem kompletten Panzer. Ich sehe das Ganze jetzt einfach mal positiv als Test, ob der Kader-Support ordentlich funktioniert oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick. Junge, Junge, warum hast du nichts gelernt? Ich habe alle drei Motoren auf der Akkubox und wenn ich die RC-Control benutze, die blühe ist, das funktioniert. Wenn ich die Rot-Support benutze, dann funktioniert es nicht, wenn ich die Rot-Support benutze, dann funktioniert es nicht. Und wenn ich die Rot-Support benutze, dann funktioniert es nicht. Ich wollte, ob die Motor-Support oder die Akkubox ist, also habe ich den Rot-Support, das funktioniert nicht. Und wenn ich die Rot-Support benutze, dann funktioniert es, wenn ich die Rot-Support benutze, dann funktioniert es. Das bedeutet, dass die Rot-Support nicht funktioniert, aber die Akkubox ist nicht auf der Rot-Support. Sprachenlernen Babbel Das bedeutet, dass die Rot-Support benutze, wenn ich die Rot-Support benutze, dann kann ich die Rot-Support benutze.